Ein kleiner Pflanztisch könnte man da mal gebrauchen Ein zweiter Pflanztisch, ob wir die mehrere Sachen dann platzen können Das ist die mögliche Ecke Eher hier noch hinpflanzen Wir haben doch jetzt jedem einen Platz Und das gehört hier hin Schneidestation Schneidestation So Es ist wirklich cool. Ih, die Katzenteller, nein, die nehmen wir nicht, erinnert mich zu sehr an eine bestimmte Binärze, die wir nicht exizieren. Das gehört eher hier rüber, hier rüber zu dem... ... ... ... Das war's für heute. Ich bin ein frittisch. Ich grüße die Tatenregale. Aha. Dann sitzen wir hier aber keinmal im... ...Tische. Ich grüße die Tatenregale. Warum nicht? Ich bin ein bisschen Schmuck. Ich bin ein bisschen ... ...ASK. Wenn duабeln musst ... ... ... ... ... Die Zauber trinken, die haben mal geprüft im Kessel und zufällig getrankt wurden die Achtung, kann ich nicht bauen, am 4. kann ich da nicht hinstellen, das ist ja schade Sollten wir aber hier noch eine Zaubertankstation hinbasteln, auch wenn er den Missversteller die Sitzmöbel Dann kommt es hier hin, sieht alles ein bisschen wild aus, aber Ich glaube jetzt haben wir hier jede Menge neue Sachen Oh wow Die ganzen Trink geboren können Dann mal die Pamm hier Eben noch nicht so besonders viel Ganz wenig Okay, die Räume sind zwischen dem Depot In Alraune In Alraune Da die Pamm Auf jeden. Jetzt mal Kaukuh hinwerfen. Gut. Ich glaube das lassen wir dann erstmal hier. Sagen wir tschüss zum Rohn der Wünsche. Ach da werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal reinkommen wegen Tierwesen. Welche Pferd jetzt? Wo ist das nächste Vorhabe? Mal schauen wo ich einen Fupper finde. Da habe ich nämlich noch keinen in meinem Tierwesen. Das ist glaube ich die letzte Tierarztriebe noch nicht gefangen haben. Da muss ich gerade mal gucken. Wo wird er denn welche finden? Fantastische Tierwesen wo sie zu finden sind. Und nachschlagen. Oh wir waren lange nicht mehr im Büro von Professor Viech. Was ist das? Ich denke, ich habe einen Topfum Professor. Der Armour. Was haben Sie jetzt? Ein Furparfum. Oder wie man den nennt. Das ist das Ziel. Katze. Ich habe zwei hier. Die andere Katze. Ich bin festlich von Nookwood-Klasse. Da soll es welche geben. Es bietet sich doch an. So. Weichen. Red Carter. Jettos Grab. Spinnenhöhle. Nein. Oder Mönnchen. Aha. Südwestlich von Cambridge. Cambridge war man hier. Niffler Bau. Da wollen wir nicht hin. Niffler wollen wir nicht finden. Hier noch einen. Untergreifbau. Auch ganz interessant. Unterbauen. Superbauen. Ja. Südwestlich. Deswegen. Durch die. Schimmel mal kurz. Hier ist der Wüste. Punkt von Hoopbautz. Punkt von Hoopbautz. Ah. Mit Turbogeschwindigkeit. Es kann auch nicht sein, dass wir es jetzt beenden, um eine Antitierwesen gefangen zu haben. Wieder so zu. Fuga müssen wir uns doch mal holen. Warum fallen wir? So, gut wieder. Genau. Hier sahen auch schon mal besser aus. Aha. Stopp. Wurde gleich, gehe ich klein. Für gewisse Kone würde ich einfach ausrauben. Ja. 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 Achtung. Ja. 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 So, jetzt sind die FUPA in Ruhe, ich bin die Einzige, die hier FUPA fängt. Ok, hier haben wir noch mehr Gegner, Ui, ich hoffe die Kinder vielleicht ist Erfahrungspunkte für. Hier im Schloss drinnen noch was. Natürlich. Natürlich. Was ist das? Was ist das? Hallöchen! Jetzt nicht mehr! Aber nicht mehr! Du wolltest nicht raus! Nicht so! Tiene mich hier! Und wieder aufhören! Und wieder aufhören! Und wieder aufhören! Gibt es was zu sehen? Und wieder aufhören! Mhm! Kleiner Parcours! Oha! Und erstmal Nord der Macht gelöst! Ich meine schuld, dass du eine Riesenspinne bist! War keine Riesenspinne! War mir ziemlich winziger! Und wieder aufhören! Funk beim Bauen! Wo bist du? Da hinten! Ist noch ein Weg! Und wieder aufhören! Sehr gut! Bin jetzt wahrscheinlich verscheucht! Nein! Stell dich nicht so an! Fliegen wir aber auch so weit! Ich werde so knifflig! Ich muss es auf meinen Besen stellen, um die zu fangen! Dann kann ich nicht zaubern! Komm schon! Ich will doch nur helfen! Oh! Das wird schwieriger als gedacht! Ich werde ihm abhauen! Wenn wir den nicht wirklich hinterher können! Moment jetzt! Fast! Na komm! Ich hatte nur fast! Verdammt! 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 Warum ist das außer Reichweite? Stell dich nicht so an! Oh! Oh! Das wird eine Jagd! Oh! Das wird eine Jagd! Verflucht! Verflucht! Nicht Lumos! Verflucht! Verflucht! Eine Stunde später! Oh! 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 Puh, wir fangen uns doch keinen Fuhrbaut. Würde ich sagen. Verfrucht. Ach was. Na, Sachmärder, wie wir das hinkriegen sollen. Ach jo, können wir nicht, oder was? Ach was. Ach was. Ach was. Ach was. Ach ja. Bleib! Na bitte. Verruhige dich, ich tue dir ja nichts. Einsamber, wir kommen mal an zweitens. Lass geht's. Ah fast. Hands up. Das reicht, weil jetzt auch... Ach man. Den Baum steigen kann ich nicht. Ach so close. Ich tue dir nichts. Was ist denn das, was wir haben? Was ist denn das, was wir haben? Verdammt. Verdammt. Bleib. Ich will doch nur helfen. Ich will jetzt mich doch verarschen. Das reicht leider nie aus. Lass das sein. Ja komm. Es wird kurz verknappt, dann hätten wir das später. Der Rest im Momentum. Der Rest im Momentum. So war das überhaupt nichts. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Der Rest im Momentum. 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 Die Consult ataque anschenden Chip. Der Rest im Momentum. Der Rest im Momentum. Der Rest im Momentum. Der Rest im Momentum. Ich passe auf dich auf. Ein paar Diener besiegen. Vielleicht finden wir noch einen berüchtigen Diener. Dass die Verweise zum Folder in portiert. Der Neue Fern servos hat mit den Zupen der Kunstgestaltung. Die Pressattack. Wie noch ein Verbrecher oder ein formulateer Abwarten? Per- und Abwarten? Der Hö động Z Hahnen? Du, du hast einen Moment. Hier waren noch mehr Leute. Oder nicht. Na, ist noch hier. So, und wieder ein Lager aufgeräumt. Ich hole mir den Kobold-Hellen zurück. Beim Flettern deiner Leiche. Ach, da ist einer im Kiefig. Fantastisch. Du wirst frei, bitte mal. Hey, hilf bleiben! Die Tierwesen in dir können jetzt ruhig schlafen. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Merlin, Merlins Ritzel. Mal sehen, ob ich es verpüren. Aha. Aha, Reparung. Ein bisschen noch mehr zu Reparung. Ich finde dann immer die zweiten und dritten Sachen davon nicht. Ist ja ein bisschen frustrierend. Verstehen ist die hier. Das ist dein Trick. Damit hätte ich mit der Zeit des Kalos reichelt. Ich dachte, wir hätten den gestohlenen Kobold-Hellen vergessen. Was? Nein! Wir werden irgendwann, dass du kämpfen musst. Kämpf doch hier. Ja, die Knochen. Das ist markiert so ein Lager in dem man dieses Verstärkungsdienst aus der Kiste holt. Das ist ein Lager in der Kiste. Die sich nicht von mir zurecht gewesen. Das ist ein Lager in der Kiste.